Ja Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren einzigartigen Folge WeWareHier zusammen mit mir, dem Sculter und Oliver aka Narrator. Bitte nicht vergessen, abonnieren, Glock aktivieren, liken, kommentieren, spenden, alles bitte danke. Habt ihr gemacht? Yeah! Nice, viel Spaß! Oh Mann! Was ist denn? Hallo Leute, herzlich willkommen! Hi! Okay. Au! Okay, warte, wir waren bei Stairware. Ich bin ready! Ich bin einfach ready! Okay, ganz kurz zur Erklärung. Ähm... Ich werde... Nee, wir werden nicht erklärt. Jetzt halt mal die... Ah! Äh, die Begrüßung werde ich jetzt davor schneiden und das was jetzt kommt, also der erste Run quasi, den habe ich äh... von der letzten Aufnahme noch genommen. Ja, und los! Äh... Das Ding ist, ich konnte die Symbole halt kaum erkennen da auf dem Boden. Okay, ja gut. So, jetzt... Warte, hier geht die Geschichte weiter. Gott, wir sollen das lesen können. Man... Ah! Already 3 my children have... Puni... äh... Have punished. I can not understand how these... Unfortunate events keep... Äh... Pesten my family? Keine Ahnung! Ich kann das nicht so gut lesen. ok also die haben irgendwelche rituale durchgeführt wo die scheinbar irgendwelche menschen geopfert haben ja das ist ja das ist sehr schön folgende situation alex hinter mir der weg ist abgeschnitten weil ein riesiges lavabecken dass du dich versehentlich aktiviert habe glaube ich vor mir der weg ist abgeschnitten weil das schwere aus der wand kommt man den ich nicht vorbeikomme und hier hängt einfach nur irgend so ein ding wo man nicht interagieren kann also sein kreuz mit wären symbolen was ist das für ein symbol also das kreuz besteht aus 64 in dem oberen ist ein dreieck drin was nach links zeigt indem da drunter auch links daneben ist ein kompass der auch nach also nach links ist norden quasi rechts daneben ist ein fünfeck unter dem einen dreieck ist noch mal fünf ecken da drunter so viel mehr ist ja nicht also ich glaube dass der letzte screenshot in nume geschickt hast das ist von dem sohn geschrieben weil er ja auch an dem brief zu seiner beliebten irgendwas von dem film geschrieben hatten jetzt hat er das da wieder erwähnt und himmel und erde und so was ich glaube ich habe einen würfel gefunden dann würfel mal ja okay ich habe die warte aus dem kreuz was ich habe kann man würfel bauen ok was auf dem würfel so zu sehen das vier ja die das dreieck ja das doch mal das dreieck ja der ist denn der kreis mit das ist aus dem steuerrad ist ein kompass es ist das selbe und dann noch eine ja okay ja das habe ich hier auf einem kreuz was du damit anfangen kannst kann ich nicht sagen ich habe gerade einen würfel gefunden oh jeder genau kannst du mit dem würfel würfeln ist noch ein würfel da ist genau dasselbe drauf ok ok warte du musst wahrscheinlich den richtigen würfel finden oder ich muss das kreuz bauen das kann natürlich auch sein ok dann laufe ich jetzt halt die treppe runter weil oh gott die stufen werden immer weniger alix oh gott oh gott sie werden schnell immer weniger scheiße also ich habe hier 1 2 3 4 5 6 würfel ja ganz unten muss ein viereck sein ganz unten da drüber muss ein fünfeck sein ok moment ja darüber muss ein dreieck sein ja links neben dem dreieck muss der kompass sein scheiße wie sich das also moment scheiße hallo ich habe nur noch circa zwölf stufe also das erste ist das viereck ne also unten viereck da drüber fünfeck war der war der war der war ich glaube wir haben zu lang geredet hat nichts ja was so gut jetzt gehen alle stufen weg jetzt gehen alle stufen weg ich habe noch eine stufe ich habe was gestört der online die letzte stufe fährt auch ein alex ich bin nicht für dich das war schön nicht gekannt zu haben da ja nein ich lege den haken um los geht's nein warte wenn die treppen hinauf oliver rennen die treppen hinauf ich habe den raum noch nicht gefunden ich habe schon gedrückt was habe ich da noch mal gemacht hat dass ich da der raum öffnet ich weiß es nicht ja ja ach da ist der ok ja was hast du was hast du jetzt unten ist ein viereck und darüber sind fünf weg das mit der einen ecke nach links zeigt ein viereck ein fünfeck also ganz unten viereck da drüber fünf weg das hat rechts so eine flache seite und links so eine spitze was hast du gemacht bei mir sind gerade ganz viele stufen verschwunden ja ich habe verkackt also das zeigt nach links ja und dann da drüber ist ein dreieck das nach links zeigt ich will das doch ja 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 nein ja ja genau das ist es ich verstehe es nicht ich habe das spiel gecheatet die stufen sind weg aber ich stehe hier noch ja das problem ist das sind schon die nächsten 30 stufen weg das heißt ich komme nicht mehr hoch aber ich stehe hier noch na gut und hoppa da ist der raum ja ok also ich gehe in den raum rein da sehe ich links eine stufe und rechts eine stufe also eine treppe dann gehe ich da hoch dann ist ein altar aber wo ich jetzt die ganze zeit die würfel drauf gelegt habe in der mitte ok ja dann also laut mein ding brauchst du sechs würfel ja sind auch sechs ok jetzt ganz ganz unten ist ein fünfeck das mit der flachen seite nach oben zeigt und mit der spitze nach unten das musst du ganz unten legen direkt darüber musst du ein fünfeck legen was genau umgekehrt ist also mit der flachen seite und mit der spitze hoch da drüber kommt ein kompass der mit der roten nadel nach oben zeigt links daneben kommt ein viereck rechts daneben kommt ein dreieck das nach unten zeigt und über dem kompass ist ein dreieck das nach rechts zeigt ich habe es verstanden glaube ich okay ja so da ist weiter wo ist die tür wo ist die tür wo ist die tür wo ist die tür hier ist sie nicht hier ist sie auch nicht das ist mal so behindert wenn ich die türen suche wo sich was da ist da ist sie ja ok also unten ist ein fünfeck mit der flachen seite oben der spitze nach unten nach oben mit der spitze ja da drüber ist ein viereck ja da drüber ist ein dreieck das nach rechts zeigt ja links ist ein kompass der nach links zeigt mit der spitze nach unten mit der spitze nach links so also nochmal ein fünfeck wo die spitze nach unten zeigt ne ja und was ist drüber ein viereck das ist es nicht das ist es auch nicht das ist es auch nicht hä alles okay ne verstehe ich nicht verstehe ich nicht ich kann es ja nicht sagen ich weiß halt nicht was du machen musst äh ja ok drüber ist ein viereck ne ja dann drüber ist ein dreieck das nach rechts zeigt tschüss letzte stufe daneben ist ein dreieck was nach links zeigt also rechts daneben risiko kommen oh boah gott war das knapp die letzte stufe war schon am weg gehen ok ganz unten ist ein fünf weg das nach rechts zeigt mit der spitze und links flach ist und links flach ist und oben was was ist dann also drüber ist ein viereck ja 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 da drüber ist ein fünfeck was nach links zeigt mit der spitze und rechts flach ist das ist es nicht komm gib mir das äh warte äh ein fünfeck ja da drüber ist ein was da drüber ist über dem fünfeck ist der kompass der nach links zeigt das ist es auch nicht ähm ah da ist es ja ja und links und rechts neben dem fünfeck sind äh zwei dreiecke und die zeigen beide nach außen scheiße nein ich hab verkackt da lieber ja ich hab noch fünf stufen wenn ich bei eins dann ja äh das ist es nicht nicht vorletzte stufe verschwindet scheiße letzte stufe fängt an ich nehm das ja lol boh alter alter wenn du wüsstest wie knapp die stufe war schon weg ne ich bin in der letzten sekunde die ich die stufe hatte bin ich einfach gesprungen ne und als ich in der luft war hast du es gelöst äh ich hab halt dreimal ich hab halt dreimal irgendwas genommen ne alter noch knapper ging das nicht ey junge ey geil ey du musst echt vorstellen die stufe geht weg ne ich hab noch einen zentimeter denk mir okay spring vielleicht schafft es Alex noch ne ich springe stufe weg und das tor geht auf und ich kann in der luft kann ich mich noch nach rechts manövrieren alter boah alter also eigentlich war ich schon tot